Zu Hause haben wir ein paar Bücher, in denen es um mystische Gesänge und Bacchanale geht. Vielleicht finden wir da was. Ja, wir könnten... Anja meint, wir sollen gegen Hasen ermitteln. Dann bin ich auch für alles andere offen. Gut, wir checken das mal und rufen Sie dann an. Ja, so kommen wir der Lösung. Vielleicht viel näher. Nominiert für sechs Oscars. Bruce Willis. The Sixth Sense. Am 3. November. Paul 7. Mit dem neuen DASCH ist die Wäsche so erfrischend. Und das den ganzen Tag. DASCH bringt frischen Wind in ihrer Wäsche. Ich könnte mit Julia ins Kino gehen. Nein, lieber Abendessen mit Stefan. Oder ich könnte ein Video ausleihen. Fühl dich frisch und frei, wofür du dich auch entscheidest. Die neue Flexiform von Carefree. Für einen Slip oder Stringtanger. Die neue Carefree Flexiform passt sich deinem Leben an. Anna, hier ist Stefan. Kann man Frond auch mitessen? Aber natürlich. Neu von Erasko. Der Arina-Nudeltopf. Schonend zubereitet mit noch mehr frischem Gemüse. Zu gut, um ihn allein zu genießen. Du bist sieben Monate alt. Nachts verarbeitest du alles, was du tagsüber so erlebt hast. Deswegen bewegst du dich fast doppelt so viel wie ein Erwachsener. Und das ist ganz schön anstrengend für deine Windel. Deshalb haben Pampers Baby Dry jetzt den neuen Koala-Verschluss. Der passt sich sogar noch besser deinem Körper an und hilft auslaufen zu verhindern. Wer die Welt mit Babys Augen sieht, sieht wie man sie besser machen kann. Der neue Koala-Verschluss. Von Babys inspiriert, von Pampers kreiert. Die leckeren Eintöpfe von Erasko. Neu, jetzt auch als eine Portion. Twix, it's all in the mix. Für sieben Euro gibt es keine Servolenkung. Aber einen ganzen Monat Kfz-Versicherung von der DEVK. Ein sicheres Gefühl an Ihren Tagen ist keine Frage des Zufalls. Stellen Sie sich vor, sie hätte nicht den neuen OB benutzt. Der neue OB mit geschwungenen Rillen. Flüssigkeit wird wirksamer in den Tampon geleitet. OB, geschwungene Rillen. Fühlen Sie sich besser geschützt. Ja, ja. Ja, eins auf Mama. Mütter. Wie kann ein Mädchen solche Unterwäsche anziehen? Sie kriegt einem in die Arschritze und bedeckt nicht das Geringste. Töchter. Ich hab ihre Wutanfälle so satt. Eine ewige Liebe. Die göttlichen Geheimnisse der Jaja-Schwestern im Kino. Oh. Halloween, der Schrei nach Schärfe. Mit dem Hamburger Royale zum Selberschärfen. Für 0,199. Unverbindliche Preisempfehlung. Geiz ist geil. Rolling Stones, 40 Licks, plus Elvis, 30 Number One Hits. Zusammen nur 29,99. Jetzt bei Saturn. Geiz ist geil. Geiz ist geil. Oh. Ehe ehe. Steck! Ehe ehe. Ah. Das Leben ist ganz schön hart geworden seit Red Bull Flügelverleid. Aufgepasst, hier kommt der Gloss Kiss-Effekt. Neu Gloss Kiss von Nivea Boutet. Sexy Farben, Ultra-Glanz und endlich ein Gloss, der nicht klebt. So hast du noch nie geküsst. Neu Gloss Kiss von Nivea Boutet. Der erste Gloss zum Küssen schön, ohne zu kleben. Neu Inside 1. Zwei Männer, eine Frau, eine WG. Keine Frau sitzt gerne auf vollgepinkelten Toilette. Was ist los? Was soll das denn heißen? In diesem Haushalt klappt einfach alles. Mit Patientinnen fangen wir grundsätzlich nicht an. Platz! Du hast es versprochen! Hattet ihr in der DDR eigentlich überhaupt keinen Spaß? Wie immer ein Herz und eine Sieg. Broti und Pacek. Irgendwas ist immer. Die neue Serie ab 4.11. in Sat.1. Power by Motion. Pro Sieben Movie. Meine süße kleine Zirruswolke. Tausend Vorstellungen auf einmal. Und dann dieser wild gewordene Hülschensammler in meiner Leitung. Ich muss mein wichtigstes Arbeitsinstrument mit lauter Zirruswolken teilen. Oh nein! Ignorier sie, Zirruswolkchen, ignorier sie. Leg auf, Zirruswolkchen, leg auf. Ich muss arbeiten, sie führen Sexgespräche. Mark, irgendwann. Kommt da dann schon der Richtige? Der nicht mehr auf den Busen starrt. Hallo! Kein Mann für eine Nummer. Mauden 20.15. ProSieben. In einer perfekten Welt. Für die genetisch Überlegenen ist der Erfolg leichter zu erreichen. Brauchst du den perfekten Plan. Heute ist der letzte Tag, an dem Sie, Sie und ich, ich sein werden. Den absolut perfekten Plan. Sie werden mich finden. Um zu überleben. Keiner verlässt den Satz! Ach du! Jude Law. Ethan Hawke. Yuma Thun. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Gattaca. Sonntag, 20.15 Uhr. ProSieben. Haben wir diese Bücher wirklich zu Hause? Wer will an einem Tag wie heute schon im Haus hocken und lesen? Die Sonne scheint und alles sinkt und tanzt. Die Jungs da gucken dir hinterher. Was? Warum gucken die mir denn hinterher? Ach, wie? Wir sind ja. Auch hier. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Wie? Ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht mal.